Es gab eine Zeit vor dem Internet und eine Zeit mit dem Internet und ich glaube, es gab eine Zeit vor NFTs und es gibt eine Zeit jetzt mit NFTs. In diesem Video geht es darum, was ist ein NFT, gerade für Anfänger erklärt. Für jemanden, der auch nicht in der Krypto-Szene unterwegs ist, nicht so tief drin ist. Ich bin auch Newcomer, muss ich ehrlich sagen. Aber hier haben wir einen, der ist Experte. Vor fünf Monaten war ich noch kein Experte. Aber jetzt hast du ihn eingenördert. Jetzt habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Du hast ihn eingenördert. Du bist voll drin in der Bubble. Eingenördert, ey. Ja. Und das Schöne ist, Mike Hager kann es so schön erklären, dass eigentlich jeder checkt. Auch diejenigen, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Ich bin auch durch dich in diese NFT-Bubble reingeschlittert. Erzähl mal, was ist ein NFT? Also grundsätzlich ist ein NFT erstmal ein virtuelles Gut. Also NFT heißt Non-Fungible Token. Ganz wichtig ist zu wissen, was heißt fungibel. Fungibel heißt austauschbar. Ein 100-Euro-Schein ist immer austauschbar mit einem anderen 100-Euro-Schein. Eine Goldmünze, eine Krügerrande ist austauschbar mit einer anderen. Was nicht fungibel ist, ist ein Unikat. Also ein Einfamilienhaus ist nicht einfach austauschbar mit einem anderen Einfamilienhaus. Also was ist ein NFT? Ein NFT ist ein virtuelles Gut, was ein Unikat ist. Und das Zertifikat für dieses Unikat, also das besagt, dass dieses Unikat echt ist. Und wem das gehört vor allem, das ist hinterlegt auf der Blockchain. Und das ist, wenn du dich jetzt vielleicht noch fragst, was ist ein virtuelles Gut? Kannst dir vorstellen, ganz viele Menschen bei Instagram wünschen sich die Verifizierung. Die hätten total gern einen blauen Haken. Wenn du zu dem sagst, hey pass auf, wir machen die Abkürzung. Ich kenne jemanden bei Instagram, gibst du mir 500 Euro, kriegst den blauen Haken, würden die das sofort kaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben ein virtuelles Gut gekauft. Oder wenn du Kiddies hast heutzutage, die Fortnite spielen oder auch ältere, die kaufen sich Skins. Diese Skins geben nicht mehr Kraft, die geben keine Power im Spiel oder sonst irgendwas. Die sehen einfach nur cool aus. Die sind auch ein virtuelles Gut. Und genauso ist es bei einem NFT, nur dass bei dem NFT eben, der ist ein Unikat und es ist hinterlegt, dass dieses Unikat dem auf der Blockchain gehört. Vielleicht ein kurzer Überblick, was alles kann ein NFT sein? Grundsätzlich kann alles ein NFT sein. Ein NFT kann ein Kunstwerk sein. Ein NFT kann eine Videoszene sein. Ein NFT kann ein JPEG sein, ein Bild. Ein NFT kann eine Eintrittskarte sein. Du kannst im Endeffekt alles auf dieser Welt zu einem NFT machen. Du kannst ein Buch verkaufen und zu diesem Buch ein NFT verkaufen, wie ein Abzeichen, so nach dem Motto, das ist der NFT, eins von tausend. Du bist der erste Käufer dieses Buches. Eine Kinokarte kann ein NFT sein. Wenn der neue Star Wars Film rauskommt, könnte Star Wars, könnte Disney diese Kinokarte als NFT verkaufen und dann kannst du beweisen, dass du Karte 7 von 10 von der ersten Aufführung von dem neuesten Star Wars in Los Angeles hast und da dabei warst. Und jemand, der das sammelt, sagt, wow krass, du hast Ticket 7 von 300 von der ersten Aufführung des legendären Films, des legendärsten Films überhaupt. Und wenn du das verkaufst, verkaufst du mir das? Menschen werden sich, früher, jeder sagte immer, ja die Band, die kannte ich schon, als sie noch in dem ganz kleinen Club in München gespielt haben. Echt, hast du die Konzertkarte, die sie damals als NFT rausgegeben haben? Ja, die habe ich sogar. Wow krass, du hast Nummer 11 von 300, die bei diesem Konzert waren. Das ist ja mega. Mega. Du wirst, wo du Menschen heute googelst, wirst du in Zukunft in ihre Wallets schauen. Und da wird es mega interessant, weil was du bei Google findest, das kann man ja so ein bisschen auch beeinflussen. Nur, wo Menschen ihr Geld hingeben, das ist ja das, was Menschen sind. Und wenn du in eine Wallet reinschast und sagst, ah okay, der war bei der ersten Star Wars Aufführung, der hat ein Kunstwerk von Beeple, der hat diesen NFT, den und den und den, da wirst du merken, ach krass, so ist der drauf. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass, wen liked der bei Facebook? Ja süß, da hat er halt einmal geklickt. Aber bei einem NFT-Kauf weißt du, okay, dafür brennt dieser Mensch richtig. Das wird noch mega interessant. Das heißt, du zeigst zukünftig nicht mehr deinen Lamborghini auf Instagram, auf dem Post, sondern im Profilbild als NFT. Ja, ja, das ist tatsächlich, das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass NFTs so abgehen werden, weil die echte Welt wurde vielen Menschen mit Corona genommen. Ganz viel ging in diese virtuelle Welt rein und auf einmal bedeutet der Lamborghini und die Rolex und all das nichts mehr. Die Leute wollen aber trotzdem angeben. Na ja, dann zeigen sie halt in ihrem NFT das Beeple-Bild, das sie sich für ein paar tausend Euro gekauft haben. Und so sind Menschen halt. Und Menschen sind Sammler, Menschen wollen besondere Dinge besitzen. Und das ist was, was mit NFT in einer Art und Weise geht, wie sie so noch nie da war. Deswegen glaube ich, es gab eine Zeit vor dem Internet und eine Zeit mit dem Internet. Und ich glaube, es gab eine Zeit vor NFTs und es gibt eine Zeit jetzt mit NFTs. Ja, und was das für einen Impact in Zukunft noch haben wird, auch gerade Musikbranche, Filmszene etc. Dazu haben wir ein separates Video gemacht. Mic on fire. Dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ja, cool, cool. Wir ziehen uns nicht um. Ich bleibe da. Wir bleiben gerade sitzen. Okay, bis gleich.